Oh, Mate, sorry. Da hab ich... Da kommt einer. Askaban, das ging in die Hose. Ja, bei mir hat auch einer rechts. Der nicht. Ja, Steal, den machst du. Schade. Nicht rechts. Schade, ich hab noch keinem rechts gegeben. Ja, mieser Lüge. Ich wollte MIT starten, es macht viel mehr Spaß. Einer piekt Banane runter. Oh, no. Ich hab den weggeräumt. Oh mein. Schau, wie es ist. Oh, die Aufnahme ist natürlich... Ey. Äh, Aufnahme geht wieder aus. Das Game kommt auf YouTube. Weißt du, nur erste Runde. Rest rausschneiden. Ich hab Glück gehabt. Da rasselt Larry nochmal rein. Kann ich Banane rush und geflasht mich rein. Okay, aber ich hab keine... Ah, doch, ich hab ne Flash. Der Flash bei Rot kommt. Ne, Yakuza? Einfach wegdrehen. Yakuza siehst nichts. Ich flash hinter dir und Askaban vor dir. Und das geht's. Drei. Zwei. Ich flash gar nicht, ne? Ich trau mich nicht. Gib den, gib den. Mach den kaputt. Nice. Und jetzt durch. Ja, hau aus, hau aus. Ah, ich hab sie gefress, hallo. Der ist weg. Ich geh direkt auf den Plan für Banane. Und Molly dann gleich, äh, au. Alter Larry, frech. Ich seh das einfach immer noch peaken. Wollt ihr jetzt, äh, nochmal dann irgendwie, ah, rennen? Nachdem das eben so krass geklappt hat? Ja, solang du weiter durchdrückst, ist alles gut. Ich geh durch, wie ein Lurch. Einfach. Einfach. Einfach der Legend. Oh nein, jetzt kommt Long, lenkt mich der auch. Einer ist noch auf Short, hat ne Nate genascht. Ja. Nice, 9 AP, super. Wenn ihr da gewesen wärt, hätten wir das geholt, auf Short. Larry. Oh, Larry, okay. Rich Boy, wie viel Geld hast du, sag mal. Herr Kuze, komm mal, ich geb dir mal die Bombe. Oh. Ja. Herr Kuze, das ist ne AWP, Vorsicht. Keine Sau, ich hab Geld für den Nächsten. Wie er sich wegdreht. Ich hab Geld für den Nächsten, sagt er. Kauf mir jetzt, oder eben? Er kauft doch. Ja, warte, es ist dieser, da war auch nicht so viel Geld. Ah, okay, dann kauf mir. Ich kauf's Gaut mit der Nächsten. Mich müsst ihr euch keine Sorgen machen. Der Diegel, der sagt mir als 1000 Worte. Ah, tsch. Shit, ey. Mann, Jan. Jakuza, komm, ich zieh dir in Naits, jetzt, jetzt, äh, ich block ihr doch. Headshot, Jakuza. Jakuza, beide Headshot. Die sind beide laut. Ja. Kommt der. Ja, also. Jakuza, die waren für dich eigentlich. Einer ist noch A. Zeh die Step schon. Danke für die gute Flash. Ich brauch Hilfe. Oh. Da nennt die noch Larry, den Sniper-Gott. Larry. Danke nochmal für die Flash, die zählige Flash. Ach, kein Ding. Mich auch komplett übrigens. Pit ist gemolliht. Ja, Pit steht. Ist down. Nice. Einer ist onside. Ist weg. Long, einer. Ja, dann. Beide noch. Jetzt lass da auf. Flash, komm. Ich weiß nicht, wie sehr ich gerade gebetet habe, dass Jakuza einfach komplett blind ist. Das sind halt die magischen Flashes von Larry, ne? Magisch. Komm, lass mal draufgehen. Wenn der jetzt da gleich den Kopf hochhebt, ne? Da bin ich echt sauer. Ja, was ist? Was ist? Geht hier ab? Minipi ist clear. Okay. Wolli Library. Bitte. Viele. Sehr viele. Jakuza, bitte mach es. Danke. Gott, das will den, alter. Macht ihr den Smoke auf CT? Der ist da und der andere ist bei der Church hinten. Ich smoke CT nach. Ja, 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 jetzt hab ich dich, ich hab dich. Du bist sicher. Ich hab dich selbst. Mindestens zwei. Nicht so wie auf Larry. Da ist noch ein Church drin, der kommt jetzt raus, Achtung. Nice. Cool. Wir haben Pistolettis, pass auf. Ja, sollen wir auf A gehen? Mach da. Der fackelt easy ab. Oder stirbt durch die Nade. Komm, lass auf A gehen, lass auf A gehen. Ist dir sicher? Ja, ich denk, dass die W gestackt haben, oder? Ja, das ist ja, wir faken ein bisschen. Ja, aber nicht mit der Bombe, Jungs. Mit die Brave checken? Brave Yard? Ja, ich guck. Nee, der ist eh nicht. Hallo! Eps hier! Eps. Eps. Jo. Hab gemolid. Äh, er long? Haben wir aber auch ein Timing, die Jungs. Alter. Der ist close, schon an der Bombe. Die Jungs-Safe-Zone der Welt. Was ist das? Er ist auf den Spot gelegt. Ist das recht? Eps. 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 Banane mit IOP! Eps. Mitte mit IOP auch! Ege, hallo? Ich hab Standbild, ja? Ich warte. Äh, ja, Asgaban hat ein Standbild. Ja, Standbild, ähm... Ach, da ist er wieder. Danke. Ich glaub's, hier steht noch einer auf A mit IOP. Nein. Nein! Einer wird von B, CT halten und die anderen stehen Banane. Nope! Oh, Larry, aber es wär, wär sweet gewesen. Äh, ach so, Larry, ah, ist hier noch ne Deagle für mich? Oh, danke. Nimm dir ruhig Attack, Larry. Nimm. Ich bin noch wohl, aber... Oh, nö, der Nächste kommt! Larry, ich lass schreien, hol du dir mal die M4. Ah, Larry, was, äh, was passiert hier? Ah, ich hab's dir nicht, Alter! Harry! Oh, der andere schickt ganz durch! Er kommt durch, Achtung! Hinter dir! Er ist second mit Push, hallo! Was machen die eigentlich? Ja, du warst, du warst aber ich ganz alleine. Achtung, rechts, neben der andere bist du. Einer, eins. Aber Jungs, 3 gegen 4, Alter, okay, 3 gegen 3. Lass B gehen, lass alle gemeinsam B gehen. Der war mitten im Schmeißen, also das war lächerlich. Das ist meine Smoke. Cool ist gesmoked, Jungs. Ich leg für Panini. Wir können Ding kommen. Ja, cool, sag ich ruhig mal Banane, ich hab dafür gelegt, ich komm. Ach so, ja, oh mein Gott, Alter, Doppel-Headshot. Ne, leck mich. Hab ich, der letzte City! Ich geh einfach weg, geh ganz weit weg. Ne, ich will jetzt nicht. Also nicht so weit, aber. Ich hab' erstmal richtig schön dick chocken und dann. Oh. Alter Mann. Jetzt musst du ihn aber pushen, Kollege. Ah, der Küsse! Können wir kicken. Können wir kicken. Es hat nur ein Millimeter gefehlt, das war echt, äh, Und noch einer! Nice! B geht ganz schön B! Grün findet die Bombe nicht Eis. Er geht jetzt halt A. Bleib zusammen für Refrag. Mach nicht den Demi, sondern komm einfach her. Hör auf, die Demi zu machen, komm her. Und ich benutze ihn. Warte, der ist da hinten. Wer da ist gestorben? Wer die Runde weg? Ich färsch uns raus. Der ist jetzt 100 pro bei Library mit IOP. Ich bin so gut ausgewichen. Gott, das will mir mein Herz. Achtung, Achtung. Alter! Ich würde da Acker nehmen, danke Larry. Ich würde dir auch eine geben. Also ich brauche meine eigentlich nicht. Larry, 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 danke. Ja, der Jan Erster. Hochgeplantet. Ich hab mich sogar hochgeschossen, Alter, beides. Larry, langsam kommen wir halt auch in den Levelbereich, der mir dann auch so ein bisschen liegt, weißt du. Ich heiße mich aber nicht. So. Ja, er ist da. Rechts in der Ecke. Versteckelt. Er geht jetzt in den T-Apartment rein. Müsstest halt gemeinsam dran, aber mit Speckes. Ja, nice. Ich geh übrigens B, ich geh B, ich geh B. Sehr gut, Sneasel. Ja, läuft, läuft, läuft. Die müssen ordentlich genasht haben mit den Nades. Ich hab noch einen Balli. Ja, ich weiß doch genau, dass Sneasel den Rest macht. Hätten vielleicht drei B spielen sollen in 2 Minuten. Ach, die habt ihr. Die haben nur so richtig genasht, die Nades. Ja. Uff. B-Raf, B-Raf, B-Raf. Oh, scheiße. Ich darf hier nicht, ich bin dumm. Ich kann es nicht hochladen. Scheiße. Ah gut, ihr trefft auch nicht, finde ich gut, finde ich gut. Hier bitte Zirkusmusik einfügen. Was willst du eigentlich sagen? Den USP oder den Taser? Den Taser. Sowohl, als auch. Oh, Mann. Oh, Mann, Alter. Das ist so weird. Das wäre der Kill gewesen, Larry. Der Löcher, ey. Das wäre der Kill gewesen. Geht doch raus. Yes, come on. Was hat das? Ach so. Mach nicht die Chance, dass wir gewinnen. Ich wollte ganz sagen, warum macht keiner von uns irgendwas? So weit wir City sind. Also jetzt fangen wir erstmal ganz langsam. Mit dem Kopf durch die Wand. Und dann mit dem Kopf durch die Wand. Und dann mit dem Wand durch den Kopf. Einfach den Wand nehmen und dann in den Kopf rein. Träufeln. Oh. Oh, Larry. Ja. Also. Bombe direkt vor B. Warte, warte. Yakuza sitzt gleich da, Jungs. Kick ich wirklich schwer. Wir sind nie Gegner. Unsight. Du hörst ihn links. Push die Drecksau. Nice. Nur die AWP. Nur die AWP. Sehr gut. Ich wollte Apes rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schniesel. Oh mein Gott. Schniesel. Schniesel auf. My ass. Was mit deinem ass? Ah ja. 27 AP habe ich in meinem ass. My ass. Na also. Also. Larry. Ihr habt ja alle Orbs. Die hatten nur eine Glock. Die hatten eine Akkarte. Jeder hatte zwei AWPs gemounted. Larry. Rechtsverkehr. Okay. Wow. Shit. Haben wir nicht mit Pörbelrechtsverkehr gemacht. Äh. Ich bin Engländer. Ich war auf der linken Seite. Achtung. Jetzt haben sie einen AWP. Vor B. Zwei. Die kommen. Die haben die ganze Reihe. Du kannst die nicht refragen. Dann werde ich sterben. Larry. Larry. Larry was. Ich hab ne AK noch. Yahoo. Oh mein Gott. Zwei. Ich hab keine A mehr. Wahrscheinlich beide low. Ich habe AWP. Okay. Ah. Der hat mich gesehen. Nice. Einen low weg. Mann. Der Kurser. Was war. Minipit einer. Du könntest auch safen theoretisch. Wobei. Ha. Das ist wirklich ein Nitz. Hm. Wenn ich den jetzt auch bekommen hätte, dann wäre frisch gewesen. Das wäre wirklich. Dann hätte ich, äh. Der Kurser, wie kam der einen Minipit? Ist der unter dir durch? Sei froh, dass ihr das nicht gesehen habt. Ich hab's gesehen, ja? Ja. Ich hab's gesehen, wie er unter ihm war. Und dann dachte ich, hä? Wie kam der unter dich? Ich komm von short. Side. Ja gut. Ich geh apart. Ich geh apart. Alles gut. Unter Balcony und Side. Der andere ist. On Side. Hat ordentlich genasht. Nice. Nice. Sehr schön. Aska, was ist denn los mit dir? Ich kenn dich gar nicht. So kacke? Ja. Ich kenn mich auch schon nicht. Kompass. Nicht viel, glaub ich. Da kommen zwei. Einer zu close. Ich flash hier. Oh fuck. Aber ich hab's ja noch. Ja nice. Ich hab nur ne Shotgun. Ja, warum hast du nur ne Shotgun? Ja, er fuß. Nice. Natürlich hat der Fokus auf Apps. Hä? Woh? Gut. Er kommt aus Apps gerannt und guckt in Apps sofort rein. Topfrager, eh, lang eins. Okay, Level 6. Das sind Level-Level-Kills. Okay, nimmst du ne, äh, ich hol mir hier IOP. Oh, die schmeißen hier alles auf B, was geht gerade. Ich bin full. Bin ultra full, ja. Einer raus, äh, einer weg. Ich flash dir einmal. Die müssten geflasht sein. Ja, wahrscheinlich rotieren sie jetzt davon, ne. Diesel kommt, wir gehen einfach ran, oder? Vielleicht rechnen die nicht damit, dass wir einfach jetzt ran gehen. Ja, moin, nice. Der weiß ist halt im perfekten Moment. Ich lass die AWP liegen. Oh mein Gott, das will den Boiler. Er wird mich eh vorher sehen. Der ist tot. Der Deagle sagt mir als 1000 Worte. Ey, ey, ey! Ey, ey, ey. Ey, ey!